Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Team Rack mit der Sunday Morning Show, yeaaay! Nein, wir spielen wieder League of Legends, wie eigentlich immer. Wir haben ja sonst keine Hobbys. Ja, so sieht's aus. Mittlerweile stehen wir kurz vor dem Erreichen von Level 11. Ja, und das mit einem Troll im Team. Und er ist ja schon wieder ein Lucian. Ja, ich hab das Gefühl alle Lucians Trollen, aber egal, morgen ist Dienstag, also gibt's morgen neue Free Gems und von daher, who cares? Der Lucian schreibt ADC, bevor, nachdem Palamon längst ADC geschrieben hat und er lockt einfach in und sagt, ich geh bot. Ja, und dann hab ich auch einfach mal eingeloggt und, äh, gesagt, ne, ich geh bot. Und, äh, dass wir gleich ein, eventuell, also rumgeflammtes oder gleichem, weil der Lucian meint, er könnte jetzt bestimmen, wer auf welche Lane geht. Wollte, dass die Akali in den Jungle geht und solche lustigen Spielchen und, naja. Wir kennen sowas, ja, ne? Ja. Und wir haben wieder unsere Troll-Kombo. Ja. Korki, ja, mein Dinger. Okay. Wobei mein Bart länger ist als deine Haare. Toll! Ja, ne? Das wär schon was. Da hätten wir ja aber wirklich Dresden 45. Ja, ja. So, und der andere Lucian leg immer noch. 94 hat er bei mir. Bei mir hat er das 95 erreicht. Das war aber laut. Oh, 100! Yay! Congratulations! It won't start. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Schnell auf die Bot Lane. Here we go! Here we go! Here we go! Ah, fuhr! Jetzt geht Lucian mit, seriously! Ja, aber okay. Kali extrem sie geht top. Mit Führer. Ich hoffe, der Weiger, der eventuell mitgeht, bangt ihn so richtig weg. Ja, das wäre schon amüsant. Wie war das noch? Dein Bart ist länger als meine Haare? Ja. Guck dir mal an deinen Mini-Bart an und guck dir mal meine Haare an. Ja und immer, mein Bart weht im Wind. Ja, guck mal hier. Günstige Gelegenheit um die Haare zu schneiden. Hier, der flieg die Frise wegkommt. Pass mal auf. Hau ab! Hau ab! Drrrrrr. Hau ab! Oh up! Hau da wach das Gehirn auch mit. Da lớ اس jetzt ein Kopf größer wird's klappen. Warum ist korki eigentlich so klein? Ich meine, stell dir mal korki oder selbst Flugzeug vor wenn er neben dir stehen würde. Ja. Any Smurfs? Nnnnnchúp doch. ...Nein? Du bist so ein Idiot. Frage an Einen Planung. Ja Lucien, du bist ein Smurf, alles klar. Auf jeden Fall. Ihr seid allzu blöd, einen Fall zu machen, kann doch sein. Der ist Retarded, der Lucien. Aber ja, wenn du so fragst, ich glaube, wir sind wirklich Retarded, einen Fall zu machen. Du whisperst mir schon wieder. Ah, shit, ich hab dich immer noch mal in der Whisperliste, ne? Ja. Warte, ich bin mal kurz auf dem Desktop und deaktivieren wir mir das Whispern. Mach das. Alle verbieten. Oh mein Gott, oh mein Gott, sie töten mich, sie töten mich. Du mich auch, ich hab's auf dem Second Screen gehabt, du Mongo. Wo hattest du? Ey, die ist doch nicht ready. Ach so, ja, mach ich's. Schon wieder Annie und Lucien. Das muss doch nicht sein, oder? Na. Wie gesagt, sei vorsichtig, die Annie hat schon ihren Stun, ne? Ach, jetzt hab ich Dorans vergessen. Ach nee, ich brauch aber auch keinen Dorans, nevermind. Ich bin ja nur Gorki. Oh, Annie, alter, du hast so'n harten Autotech-Schaden. Ich schwör's dir. Boom. Das war aber laut. Ich find das immer so geil. Wow. Was? Was? Was haben wir da hier? Ejo. Jo, jetzt haben sie dich. Passt. Du musst aufpassen. Ja, das wär schon. Ja, das wär schon fast. Ja, das wär schon fast. Ach ja, die Annie weiß, wie man spielt. Oh, sieht so aus, ne? Ja. Die macht's genau richtig gegen dich. Eben im richtigen Moment gestunt. Oh. So schnell geht das. Das hat sie schon wieder erwähnt. Dann sei vorsichtig. Ja, ich bin gerade am Längen gewesen. Ja, stun mich. Das ergibt Sinn. Du machst auf mich keinen Schaden. Aber okay. Ich hab hier perfekt mein, äh, Turm-Dreieck. Wo ich mich in die Mitte stelle und mich sicher fühle. Der Ruder-Dreieck. Ja, oder so kann man's auch nennen. Oh, jetzt muss ich erst mal wieder chillen. Keine Ahnung. Bekommst du eigentlich... Ja, du bekommst... Ja, stimmt. Du bekommst ja auch durch mich diese Lebenslegentation. Hab ich ja schon ganz vergessen. So what? Tja, Annie, da hast du gerade so ein bisschen ins eigenen Bein geschossen. Irgendwie schon, ne? Aber ich hab gerade keinen Mann mehr. Das ist so das andere Problem. Ja, jetzt nutzen wir erstmal den Turm. Das ist mir aber egal. Mach wieder mein Dreieck. Ja, ich hab den Lover noch rein. Ha, scheiße, dass wir keinen Clarity haben. Sollten wir uns für das nächste Spiel merken. Hm, definitiv. Ja, ich hab den Lover noch rein. sehr vorsichtig auf die n also bezüglich der ich bin ziemlich aggressiv ich glaube je ist hier was machst du da du bist okay gerade gewesen ja schade bereich ich habe noch an kommen die kriegst du wir haben ein berät ich lang genug natürlich den lucien auch noch überlebt auch mal noch 70 man da hinten ist noch ich gebe es ja dass ich hier auch komm komm doch her warum versuch das du nicht du kloos man kann es ja mal versuchen ich bin bei es nur vorsichtig meine tüme werden deaktiviert ich weiss wenn ich meine ulti hätte ich den jeder weggenatzt ich spiel jetzt einfach defensiv enni hat einen stun wäre ungünstig wenn die dichter jetzt gleich wegnatzen wäre arg ungünstig bei hier kurz kaufen wir noch und kaufen wir das noch kommen wieder machen wir nicht so viel schaden die energie unten im busch drin in die geht auf complete support das spieler sind die karten ist gerade scheiße dass die hier im kontext und ich nichts machen kann warte das fail was machst du da was machst du denn da ich dachte du willst engagen nö ich poke nur wenn ich engage sag ich bescheid habe ich doch jetzt immer gesagt dass wenn wir engagen das ist gerade derbe gebracht ja keine schluss unnötig also ein bisschen am rumfällen ja weil du zweimal geengaged bist beziehungsweise beim ersten mal war es ja halb so wild da haben wir noch ein kill gemacht aber jetzt gerade ich sag doch immer bescheid wenn wir engagen das habe ich bis jetzt immer gesagt einfach engagen wenn du oder ich es sagen und nicht dann einfach drauf gehen ich meine ich mache keinen schaden warum engagen so ist rot man eine lane aber damit kämen wir uns ja aus eigentlich nicht ja zumindest für andere der lenz holen halter der lucien hat viel mehr fahren und zu ja ich könnte auch mal direkt was nichts machen weil die eigentlich die ganze der bushing die ganze zeit darum konnte nichts machen ja ich bin die ganze zeit da rum und konnte nichts machen ne ja 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 so langsam bereit machen für den engage jetzt kommt erst mal das haben wir hier ja dieser fucking tibas ja wir haben ja gedacht auch ich bin blöd, wa? jo ja das war ein netter Versuchfony, das kann man ja nicht bestreiten ja, ich hab jetzt ein Double das ist auch nicht schlecht weil sie alle durch meine Türmchen gelaufen sind die engagen einfach viel viel früher und die focusen dich und du hältst nichts aus und dann gewinnen wir naja wobei der Weigert irgendwie scheiße ist, er hätte mich locker töten können so so sehr vorsichtig ja ich beschreibe so ein bisschen Raketen-Sperm und bleib aus der range von Annie ja das ist der scheiß tibas immer nach dieser abortige range weiß, das musst du halt so ein bisschen mit einkalkulieren bleib hier immer in diesem Dreieck in der Mitte, in der Nähe da haben wir die besten Möglichkeiten das wir sie töten die 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 So langsam bereit machen Ja die hat schon wieder Summoner hier rausgehauen Weißt du wenn geballte power und geplanter engage ist haben die keine chance weil dann place ich meine türme auch so für den engage Scheiße weigern Schön komm Ernsthaft ernsthaft komm Nein du bist so am schielen Anbeliebe wo Du bist ja Versuch's nicht Oh mein Gott Oh mein Gott Es hätten da sein können Müssen Scheiße 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 Ja das ist aber gerade am schielen Stopp auf wen wer jetzt wär's damit ne Ja der stunt ich und du bist tot Oh mein Gott Jetzt was macht der Lucien da Wenn das schafft ist er gut Jetzt legt er dich Ah scheiße die Ulti Ja Lucien war zu langsam Er snabts uns im Mittling Er snabts uns im Mittling In diesem Fall läuft's mal wieder Pff ja dafür nicht auf unserer Lane Ja bei uns diesesmal nicht so aber Jeder hat aber einen schlechten Tag ne Ah ja Dafür zu schnell die anderen Lanes gerade Du könntest jetzt längst 5363 stehen. Ja, das könnte ich, das stimmt schon. So, ich bleib mal hier in der Ecke für den N-Gage. So, ich habe einen N-Gage. Oh, da you go. Heimerdinger Support OP. Your team has destroyed a turret. Legendary. Your team has destroyed a turret. I got a bogey on my tail. Focusing me. Why not? Have fun. Have fun by focusing me. You're running through my entire walls, you idiots. You're running through my head. You're running through my head. You're running through my head. naja, das war wieder ein recht lustiges Spiel, auch wenn es bei uns nicht so gut lief, dieses Mal am Ende schon, aber naja, ein durchschnittliches Spiel, nicht unbedingt das Beste, aber trotzdem ein gewonnenes Spiel und da steht eigentlich mehr im Vordergrund jetzt und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, bis nächstes Mal, und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, ciao!